Na ja, Versuch mit Super Metroid in Maridian und dieser Scheiß. Sanft im Wassersprung Passage mit OP-Fächern, wie dir pro Schuss mal eben locker 50 Damage reinhämmern und somit mich in innerhalb von kürzester Zeit so runterneufeln, dass ich da nur noch sagen kann. Ah, jetzt habe ich eine Rakete zu viel abgeschossen. Jetzt habe ich eine Rakete daneben geschossen. Daneben! Aber hey, ist doch alles okay! Ist doch noch alles fresh oder so? Ich brauche mehr Leben! Gib mir mehr Leben! Geh doch! Halt die vielleicht schon mal zwei Schüsse mehr aus. Ey, die Dinger sind aber auch echt nicht korrekt. So. So. Na ja, Versuch. Oh fuck! Nein! Das hat mich doch sogar noch da drauf geschossen. Komm da nicht drauf! So. Hm. Hm. Das war knapp. Gott sei Dank! Bloß raus da! Ist das nervtötend Okay, GG Ich häng hier fest Na komm schon Na, das kannst du kriegen, das geht noch nicht Oh, ich möchte hier raus, verflucht Ha, das hat mir schon beinahe wieder das Leben gekostet Warum Oh, ich dachte schon Ja Ja Ja, das Problem ist, ich werde jetzt hier sterben. Und ich starb. Oh, ich das sterbe tötet. Okay, man lerne, man schieße keine, Supermissiles daneben. Ich will doch nur spielen, spielen, verflucht. Oh, nein, 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 nein. Okay, ich komme hier nicht mehr hoch. Das springen ist so furchtbar. Oh, wenn ich hier nur bloß nicht hermüsste. Aber ich muss da her, weil ich hier nicht höher komme. Krass. Naja, ich kann auch keinen Wandspruch machen. Ich will da nicht mehr her, das macht so keinen Spaß. Boah, schluck auf. Hüpf. Nein, okay, das wird nichts. Ich dachte, ich könnte da vielleicht noch drunter herrollen, ohne Schaden zu bekommen, aber... Wow, wow, wow. Wow, das war, das war schlecht. So, der, keine Ahnung, wie viel das ist, so versuch. Danke. Danke. Ach ja. Es zackt, im Sand stecken zu bleiben, aus dem man nicht mehr rauskommt, vernünftig. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Boah, Gott sei Dank. So, wenn jetzt mir ein Vieh noch irgendwie an die Kehle springt. Oh, dann kriege ich aber noch einen Ausraster. Komisch. Warum geht das nur so? Oh. Geht mir Energie. Ah, ja klar. Ja, komm schon. Ich komm nicht über die Kante weggesprungen, ne? So. Ich will nicht sterben. Das Leben ist viel zu schön. Oh Gott. Es gibt Sachen, die bleiben besser unkommentiert. Sowas von unkommentiert. Im Ernst. Seriously. Ich probiere das jetzt so lange, bis ich da oben bin. Also, bis gleich. Okay. Das ging, äh, doch schneller als erwartet. Ich hab jetzt doch nur ein Versuchungsprojekt gebraucht. Und, äh, jetzt, naja, hätte ich die Aufnahme doch nicht unbedingt auf, wird's mich verarschen. Ha, auf Pausestellen brauchen, aber, naja, Gott sei Dank. Ich wurde sogar ganz wenig getroffen, wie man vielleicht sieht. Ich bin so halbwegs stolz. So ein bisschen. Okay. Na ja, Versuch. Ich hoffe nicht, dass mir dieselbe Scheiße wie gerade passiert. Ich möchte hier hochkriegen, ich möchte noch eher, bei die Wolke. Ne, so. Okay. Gut, ich muss überlegen. Ich muss irgendwie... ...da hin. Äh, nicht ganz da hin. Ach, macht der Hirchen. Das sieht schon besser aus. Okay. Lass uns mal gucken. Die Tür geht nicht auf. Ich hab keine Ahnung, warum. Aber... Au, ich glaube, ich erinnere mich, warum die Tür nicht aufgegangen ist. Das andere Problem ist... Ich weiß auch nicht, wie ich es besser mache. Aber, kann ich mich hier runter? Nein. Äh. Ehrlich gesagt, ist das gerade ein wenig unerwartet. Das müsste nämlich genau... Oh mein Gott. Ich will raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wahnsinn, ey. Ich hab mich gerade ein bisschen... ...doch echter Schock. Ich glaube, ich habe jetzt langsam eine Ahnung, was ich... ...wie überhaupt zu tun wieder habe, aber... ...das macht mir viel, ist nicht gerade einfach. Ich bin, glaube ich, gar nicht mehr so falsch, wie ich eigentlich gedacht habe. ...w kilograms. Salto. Und noch eine Rückfahrt. Hahahaha. So, mit einem Teil Marie dann endlich abgeschlossen. Ein Speicherpunkt gefunden. Hat das Leiden jetzt endlich ein Ende, ey. Furchtbar. Somit sehen wir uns dann im nächsten Part mit Metroid.